Ja hallo Ja hallo Wir haben einen neuen ähm Wir haben einen neuen Tag Opening Ja wer ist hier mit dabei Deni 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 Hallo wieder auf dem Söber Bisschen Neues Ciao Tschüss Deni komm wieder Deni Und ja wir werden Wir haben das überlegt Okay ja Wie viele werden wir hier öffnen Deni Drei Wir haben drei Punkte gegeben Wie viele werden wir hier öffnen Drei Drei und wie viele Wie viele werden wir hier öffnen Deni Vier Krass Okay wir fangen jetzt an So Leute Für alle die ich noch nicht wissen Erstmal kann hier auf dem Server Coins Spielen da kann man den nicht hier rein tun Und man kriegt ja nicht ein Boxzettel Ich hab die jetzt schon in vorne vorher rein geholt Und das heißt Wir werden jetzt hier bei Pixi Sehr liebest du bereit Ja ja klar Mach mal Pack da rein Pack da rein Pack da rein Ich guck mich rein Oh fair Die epische Leute merkt schon Das ist hier mit so epischen Sachen Und so geht ja Chris Okay Leute Bist du bereit Was denkst du denn Was denkst du denn Was wird dein nächster sein Normal Normal Du musst auch gucken Werden Was schon episch bekommen Ja wusste es doch Nichts Okay Leute Dann Ich zu Beck Ayo Letzte Pack für hier Auch noch ein seltener Wir sehen beim nächsten Buch Stimmt Ein Kampf zu öffnen Deni Ein Kampf zu öffnen Ein Kampf zu öffnen Hier bitte Ja Leute jetzt öffnen 1 Danny Leitet eher Lack Okay Danny Oh selten Nicht schlecht Ich hab's schon mal Unselten Aber Danny Ich darf noch eins öffnen Okay Danny Bitte bitte Danny Oh Junge Das ist scheiße Danny Ich zieh nur Pads Okay eins kann ich noch öffnen Bitte bitte Dein Schwein Ich hab zwei Schweine Danny Das ist Kaka Okay jetzt hast du etwa Hehehehe Ja wir denken jetzt Am ehesten wenigstens Schropp 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 nur leiden ja wird ja auch viel Bock 10 und die Liebungen alle hintereinander 9 ich mache ersten Katzenfutter geil nix nix gutes Denny die Kieler okay die Kieler die Söhnliche Okerl also kräftet es gibt die Echt an Dien die Türen ja das Ding ist der Niedung ein das heißt jetzt war auch ein bisschen die Schöne es ist weiß wie ein Lieblings und Geli ich habe jetzt rein packt ihr mit rein vielleicht gibt es Lacki gesagt mir dann was rauskommt okay und 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 selten ok leute wir haben jetzt hund selten gezogen leine gewöhnlich gezogen fährt episch gezogen und hund selten gezogen und ein schwein selten gezogen kasten futter gewöhnt gezogen ep flasche gezogen und feuerwehr gezogen ja denn ich habe noch irgendwelche wurde zum abschluss wie ja ein wir können gerne auch auch auf dem server spielen dann kriegt ihr auch um so zu der reichend sind und gut spielt die vier mehr lockt die spielte drauf ja leute das war es lässt eine positive die die is right there